Lichtarbeit beginnt zuerst an einem selbst, nicht bei den anderen. Ein Lichtarbeiter hat die Chance, schneller wieder in die Mitte zu kommen. Wenn du hier schon Krach machst, dann musst du dich auch zeigen. Helamos. Nohayama. Ich grüße dich, liebe Muriel, du bist die Erste. Es ist alles einfach schön. Guten Abend, herzlich willkommen auf Solavana Live zu unserem Portal-Tag-Ritual. Schön, dass es euch gibt. Ich achte auf meine Gedanken, ist das Wichtigste. Einmal tief Luft holen und sich wieder hier aufs Herz besinnen. Und dann, du hörst den Ruf. Ja, das ist die Botschaft. Strikte Gedankenhygiene, das ist das A und O. Schon über 2000 Abonnenten, juhu, juhu, vielen Dank. Ihr werdet es fühlen, ich lese es gerade mal vor. Von mir auch, von mir auch. Habt ganz viel Freude mit diesen magischen, schönen Worten. Lasst euch inspirieren. Und hier auf YouTube ist es kostenlos, diese Frequenzen zum Beispiel sich anzuhören. Das darf ich auch mal sagen, oder? Tschüss. Tschüss.